Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Lightmares. Ja, wir waren hier an dieser creepy Tür stehen geblieben. Die Tür sieht natürlich genauso aus wie alle anderen auch, aber wir haben halt die Frau gefunden, die uns in den Albträumen verfolgt hat und die wir ständig als kleine Statue zerschmettern. Und ja, sie ist plötzlich verschwunden. Wir haben sie gesehen. Wir sind schon hinter ihr entlang gefleucht, gekrochen. Und ja, jetzt ist sie verschwunden und wir gehen einfach unseren Weg weiter. Okay. Jesus Christ. Als ob. Oh shit. Junge, ich war noch durch. Okay, schnell. Ah, jetzt wissen wir, das ist immer scheiße, so die zweite Chance. Wir wissen, was passiert ist. Ich bin eh wie schnell als du. Als ob. Scheiß Steuerung, Tast. Warum liegt das auf Steuerung? Ich habe recht zu einer. Ich bin schon mal. Aber wieder Licht an, damit wir wieder was sehen können. Da ist sie. Vor C. Ha. Geschafft. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Einfach hier weg. Einfach hoch. Hoch, hoch, hoch. Geht's hier nicht hoch? Nein. Wo müssen wir hin? Geht's hier nicht hoch. Ah, guck mal. Ich wusste es. Ich lag da so auf dem Präsentierteller. Ha. Holy shit. Wo ist sie hin? Äh, okay. Wir mussten nämlich einen Spiegel vorhalten. Damit sie selbst mal sehen können, was sie für eine dumme Kuh ist. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Junge, ne? Diese Geräusche, ey. Bitchi, wo bist du? Hallo? Sag doch. Junge, Alter. Schlampe, ne? Ich schwöre, ey. Ich werde dich sowas von auseinandernehmen. Junge, ne? Geh mal weg, aller. Aller. Los, steh auf. Nimm den Spiegel. Wohin jetzt? Alter, ne? Alter, wie oft denn noch? Kann die nicht jetzt irgendwie sterben oder so? Oh shit. Habe ich es geschafft? Oh nein. Oh nein. Ich krieg Hunger. Was machen wir denn jetzt? Lass mal so machen wie ein Vampir, Alter. Ich schwöre. Mashallah, Bruder. Und jetzt? Ich bin allergisch gegen Angsteinfälle. Beste Loading-Screen-Überbrückung. Erstmal niesen. Was passiert denn jetzt? Feuerzeug oder so? Fühlt jetzt voll stark oder was? Was machen wir jetzt gegen die Fetzäcke? Geh mal zur Seite oder was? Lol. Der saugt dann einfach die Elisenergie raus. Mehr Fotze. Alter. Die Fettklumpen direkt wegfallen. Ja. 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 lord. Untertitelung des ZDF, 2020 Easy, wa? Easy Jetzt gelangen wir in die Freiheit Oh, da kommen wieder unsere kleinen Kegelköpfe Ha, Kegelköpfe war richtig Ja Das war's, ne? Ja, das nächste Spiel Ich hab's euch gefallen So könnte einmal Let's Play laufen Also Beste Qualität, Eva Ja Becher geht es nicht Bla, bla, bla Kann ich bitte überspringen? La, 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 la Ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play wieder Oder halt, Eva, an sie Und Bis dahin Haut rein Fein mit ein Und tschüss Bis dahin